Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Ohne lange Vorrede, jetzt geht's weiter mit Lara Croft. Ich wollte gerade so einen Backroll-Move machen, ohne Scheiß. Und dann fiel mir Ende. Den gibt's ja gar nicht. Ich bin so tödlich. Wollte ich verdammt ausweichen, und dabei war das ja immer ein anderes Spiel. Oder gibt's hier ausweichen? Nein, gibt's nicht. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da oben hin. Wie kommen wir da oben hin? Müssen wir irgendwas mit dem Ding machen? Das weiß ich nicht. Ich zieh mal ran. Mal gucken, was passiert. Schwingt sich dieses Ding in da rüber. Schwingen die Ding. Hm. Die Belagerung Kitesches muss Monate gedauert haben. Kann ich nicht anspringen, oder? Ich habe das Gefühl, dann falle ich da runter, wenn ich das machen will. Wow. Also das Seil wäre jetzt keine schlechte Option gewesen. Kann man irgendwie da drüber... Ah, vielleicht kann man da drüber laufen, um dann irgendwo dran zu springen, oder? Wisst ihr, was ich meine? Dass man das Ding so dreht? Oder stand das vorher schon so? Obwohl, das funktioniert ja dann wie eine Bitte. Ähm... Was ist denn da hin? In dem Moment, wo ich drüber laufe, müsste das ja dann wieder umkippen. Auf die andere Seite. So, und jetzt kann ich jetzt da drauf springen? Da dran springen, oder was? Naja, kann ich. Okay. Achtung. Oh ne, es kippt nicht um. Ich bin zu leicht. Ich bin ein Federgewicht. Da habe ich einen Rucksack entdeckt und damit Erfahrungspunkte erhalten. Alles sehr schön. So, und jetzt hänge ich hier ein bisschen weg. Gern, ist er aktualisiert. So, wo sollte ich denn jetzt überhaupt hin? Frage ich mich gerade. War ich nicht hier richtig? Hier muss ich hin. Ach, hier muss ich irgendwas machen. Ach, hier muss ich eine Verbindung machen, irgendwie. Warum auch immer. Das sollte den Arm ausbalancieren. Äh... Ja. Ich weiß gerade nicht so genau, was ich zu tun habe. Beziehungsweise... Muss ich doch wieder da oben hin? Fährlich? Wir werden sehen. Wir werden uns das jetzt mal anschauen, was da oben so los ist. Gut. Und das. Gut. 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 Was muss ich jetzt hier machen? Warte, muss ich das doch wieder ziehen irgendwie. Guck mal, was passiert. Ach, jetzt fließt da Wasser. Ja, okay, jetzt können wir wahrscheinlich Wasser irgendwie in das Gefäß fließen lassen. So langsam raffe ich gerade erst, was wir da überhaupt machen sollen. Oder? Da muss Wasser in das Gefäß bestimmt. Glaube ich jetzt mal einfach. Wofür ist das denn da dran? Das ist hinterher zum Auskippen oder so? Ah ja, guck mal, das ist zum Auskippen. Gucken, ob wir von hier aus noch ziehen können. Da können wir. So, bitte, bitte, bis unter das Wasser. Dann müssen wir noch ein bisschen, ne? No, nee, das war jetzt zu viel. Der Hebel an dem Kübel könnte den Abflussmechanismus schließen. Der Hebel an dem Kübel. Ja, den Hebel haben wir gerade gesehen. Aber was war jetzt damit? Hä? Ich weiß jetzt gerade gar nicht so sehr, was ist des Rätsels Lösungs? Oder warum machen wir das hier gerade? Jetzt ist ja da Wasser drin. Das sehe ich selber. Aber jetzt lasse ich hier Wasser wieder raus, oder was? Dann geht das Ding wieder hoch. Ach, ich muss das da hinten gegenknallen lassen. Seht ihr das? Ah, okay. Jetzt raffe ich das. Jetzt raffe ich das. Wir brauchen ein bisschen Wasser da rein. Und in dem Moment, wo es dann voll genug ist, können wir quasi dann Das tat jetzt weh. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit zunächst mal gar nicht gerafft, warum ich das mache. Ich habe jetzt einfach nur, bin ich nur diesen Schritten gefolgt, wo war jetzt halt irgendwas geheighlighted. Dann müssen wir noch einmal den Kübel wieder unter das Wasser ziehen. Ist das Ding jetzt da noch auf, oder was? Aber jetzt ist er wieder zu. Okay. Was ein Heckmeck, ey. So, jetzt haben wir Wasser. Und ich muss ja das hier freisprengen. Das raffe ich jetzt erst. Und lang gedauert, oder? Ich habe jetzt gedacht, ich sterbe. Aber ich habe ja, glaube ich, so einen Zusatzperk mit, dass ich tief fallen darf, oder? So. Kurze Überlegung vorweg, beziehungsweise kurze Erläuterung vorweg, was ich jetzt plane zu machen. Ob das jetzt klappt, weiß ich nicht. Und zwar plane ich hier etwas Wasser abzulassen. Ich lasse Wasser. Springe dann drüben an das Ding und sprenge damit das Ding dann da kaputt. Irgendwie so. Okay. Ihr rafft es, ne? So. Und los geht's. Action. Yeah. Ja, natürlich geschafft. Wer hat an Sirius jemals gezweifelt? Ey, wie einer von euch schreibt jetzt was, ja? Dann ist echt hier die Hölle los. Dann ist aber mal hier meine Freunde. Dann ist aber hier mal Schicht im Schacht. Das wäre immer mehr von denen, ey. Bogenschützen. Ich muss sie ausschalten. Ich muss das Ding nur ausrichten. Yeah, weg mit euch. Oh, das war ein bisschen kurz. Hab ich ein bisschen cool losgeführt lassen, glaube ich. Oder reicht das? Ah, ne, war zu kurz. Okay, nochmal mal. Jetzt aber. Und da drüben, weiter hinten, sind nochmal welche. Achtung, das dürfte leicht sein. Hoffe ich. Herausforderung. Burn, baby, burn. Entfachen Sie Signalfeuer mit einem Katapult. Sehr schön. Wo sind wir noch? Achso, wir könnten noch, das sind fünf Stück. Können wir das machen? Guck mal, da ganz weit hinten ist so ein Ding. Kann ich hier in so weit schießen? Ich glaube nicht, oder? So, das reicht nicht. Nein. Okay. Na, dann halten wir uns auch nicht mit diesen Zusatz neben Aufgaben ab, sondern zerballern das Tor. Ja, das war ja unser Ziel. So, ein bisschen. Ein bisschen zurück. Wow, ist da voreingeschlagen, Mann. War zu kurz wieder. Und ich hab nur gedacht, so im unterm Bereich von dem Tor wollte ich gar nicht schießen. Jetzt aber mitten rein. Yeah. Da fällt das Tor. Überqueren Sie die Brücke. Das ist ein ganz schön langes Level, muss ich mal ganz ehrlich gesagt sagen, oder? Ich erwarte irgendwie die ganze Zeit noch so mega Gegenwehr, aber glücklicherweise habe ich ja hier die Gegner eigentlich schon mit dem Katapult ausgeschaltet. Wow. Was war das? Hey, Lula. ich hab's drauf oder meine Güte ein bisschen Eigenlob muss ja auch mal sein da muss ich ok es wäre so eine typische Gegend wo jetzt so ein Megakampf ausbricht oder aber eigentlich war ja da schon der Kampf ich glaub das war ja die, war das nicht da die Stelle hier wo der Soundkacke war wo mir das aufgefallen ist, ich weiß es nicht so ungefähr, ist schon zu lange her war ja vor einer Stunde erst war ja schon vor einer Stunde so nein, 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 nein ach, Gott ey weil ich muss ne Hecke schon springen, ja nein, ich schon, oh, schon wieder du denkst immer, das Stück bricht weg und du willst dann schon springen und dabei ist es nur da jetzt muss ich darauf aufpassen, dass ich nicht zu früh springe immer ein bisschen Ruhe war dann noch ein bisschen laufen so hier jawoll ich? doch jawoll die Lara die macht das hier heißer kein 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 durchlass ein 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 bei ihr nicht immer mit dem brennen Scheiß auf mich schießen er ist vielmehr auf diese die gefäße setzen immer von rechts von links haben kann das beste wo 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 welchen ich geh mal einfach irgendwo hoch Scheint jetzt gerade auch nicht so wichtig zu sein, wo ich hingehe, genau. Ach, da muss ich hin, oder was? Da war ich doch schon. Oder wusste das Spiel nicht, wo ich bin? Okay, jetzt mal gucken. Neues Basislager entdeckt. Na, hallihallo. Da können wir ja zwischendurch mal im Gameplay dann eine Pause machen, wenn es eh sehr rasant ist. Denn wir haben drei Fähigkeitspunkte erlangt. Ähm, jede Menge Zeugs, ja. Todeswolkenpfeile, Streubombenpfeile, das müsst ihr eigentlich viel mehr benutzen, ne? Leichenfallenspezialist, Pfeilkletterer. Huiuiuiuiuiui. Ich will Schrotflätenexekutionen machen, so einfach ist das. Das kau ich jetzt hier einfach alles, ist mir doch egal. Größerste Zeit werden, dass wir ein Ausweichkonter haben. Mh, naja. Einen Punkt haben wir noch. Wo wollen wir den absetzen? Was war denn das hier? Ich bin ehrlich, das interessiert mich immer noch alles irgendwie gar nicht, ey. Ah. Hier sammeln aber dann immer mehr Sachen ein, oder was? Ach komm, mach das doch noch. Ist, 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 äh, blablabla. Ganz egal. Ich empfinde das als ganz egal. So. Haben wir alles gemacht am Basislager, oder hatten wir noch irgendwas anderes? Fähigkeit, Waffen, nee. Alles gut. So, dann wollen wir mal noch ganz kurz, also ich muss hier, ähm, Pfeile reinschießen. Das hätte ich eigentlich machen können, oder? Dass man hier dieses, ähm... Da gab es doch so eine Fähigkeit, dass man die Pfeile, dass man die Pfeile dann reinhauen kann. Ist das überhaupt gerade der richtige Weg, den ich versuche hier zu gehen? Ich weiß es nicht. Ich versuche das jetzt einfach. Das scheint mir viel zu weit. Ist immer wieder hingeflogen. Wow! Oh nein! Ey, jetzt stürzt sich Honor ab. Das gibt's doch gar nicht. So, dann seid mir nicht böse, weil es ist jetzt mittlerweile 10 nach 1. Nacht, nicht mittags. Und ich mache jetzt einfach Let's Play Pause. Ich glaube, das wird jetzt gerade vom Gameplay nicht besser, wenn ich hier... Also ich bin jetzt noch nicht müde, aber irgendwie, es wird halt immer später. Und ich glaube, es wird erfrischender, wenn ich ausgeschlafen bin. Und daher sage ich an der Stelle einfach Danke fürs Zuschauen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal und haut rein!